WhatsApp hat mal wieder eine Handvoll Updates freigeschaltet. In diesem Video bringe ich dich auf den neuesten Stand. Abonniere meinen Kanal jetzt, um keine weiteren WhatsApp-Updates sowie gut strukturierte Videos rund um Hard- und Software vom PC und Handy zu verpassen. Fangen wir nun erstmal ganz klein an. Bekommst du eine Audio- oder Sprachnachricht weitergeleitet, von einem deiner Kontakte wird unter der Nachricht der Dateiname angezeigt. Das ist eine kleine Zusatzfunktion, welche das nachträgliche Heraussuchen dieser Nachricht auf dem eigenen Handyspeicher erleichtern soll. Darüber hinaus können leider WhatsApp-Profilbilder anderer Kontakte nicht mehr mit einem Klick auf dem eigenen Gerät gespeichert oder mit anderen Nutzern geteilt werden. In der Community stoßt vor allem diese Änderung auf Unverständnis. Viele Leute haben lustige Bilder oder andere Memes als Profilbild, welche sie auf diesem Wege einfach mit den Kontakten teilen konnten. Nun allerdings muss für dieses Feature die gute alte Screenshot-Funktion herhalten. Nun ja, ich denke jeder von uns hat auf seinem Gerät Nachrichten oder ganze Chatverläufe, die nicht jeder andere einfach so lesen soll. Schon seit Anfang diesen Jahres von mir geteasert gibt es die Fingerabdrucksperre endlich auch für alle Android-Nutzer. Auf iOS schon längst integriert können sich alle Android-Nutzer leider erst jetzt über die doch sehr sinnvolle Funktion freuen. Mit der Fingerabdrucksperre kann man sein Smartphone auch mal getrost jemandem anderen in die Hände geben, ohne gleich Angst zu bekommen. Eingehende WhatsApp-Anrufe können aber weiterhin trotz eingeschalteter Sperre entgegengenommen werden. Die Funktion aktivieren kannst du im Menü unter Account, Datenschutz und hier ganz unten über die Fingerabdrucksperre. Optional kann auch hier festgelegt werden, wann die Speere nach dem Verlassen von WhatsApp greifen soll und ob die Vorschau deiner Nachrichten angezeigt werden soll oder nicht. Eine sinnvolle Neuerung? Oder was meinst du, bleibt diese Funktion bei dir deaktiviert? Noch nicht verfügbar, aber geplant sollen sich Bilder und andere Medien direkt in WhatsApp bearbeiten und weiter teilen lassen, was unterm Strich viel Speicherplatz und auch Zeit spart. So können die Medien im Messenger sofort editiert, bemalt oder beschriftet werden. Außerdem soll es bald möglich sein, sich seinen eigenen QR-Code, wie man es von Snapchat kennt, erstellen zu lassen. Den Code können dann andere Nutzer scannen und sich so direkt darüber mit dir in Verbindung setzen. Von Instagram kennen und vor allem den lieben wir alle schon die Bumerang-Video-Funktion. Da sowohl Instagram als auch WhatsApp dem Großkonzern Facebook gehört, war es dann doch absehbar, dass diese beliebte Funktion auch Einzug in WhatsApp erhält. So viel dazu. Alle WhatsApp-Updates findest du jetzt in der verlinkten Playlist und auf meinem Kanal. Abonniere meinen Channel, um WhatsApp-technisch immer aktuell dabei zu sein. Teile das Video mit deinen Freunden, damit auch sie auf dem neuesten Stand sind. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!